Wir begrüßen uns zum zweiten Mal für ein weiteres Pop-Up-Konzert. Sarah Freudl an der Flöte, Stephanie Dreichel Oboe, Werner Hanger Klarinette, Viktor Praxmarer Horn und Erhard Blohner vor Gott. Gemeinsam sind sie das Holzbläserquintett des Tiroler Kammerorchesters Instrumenti. Sie spielen nun von Karl August Nielsen den ersten und zweiten Satz seines Holzbläserquintetts Op. 43. Der Titel Holzbläserquintett ist ein sanftes Understatement, denn das gesamte Werk hatte eher das Ausmaß einer ganzen Sinfonie. Zum Abschluss hören Sie dann noch von Didier Favre, Vent de Folie, was übersetzt so viel heißt wie Wind des Wahnsinns. Oder vielleicht besser ein Hauch von Verrücktheit? Der Titel Holzbläserquintett Er Bellen Der Titel Holzbläserquintett Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020